Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu FIFA 15. In der letzten Folge haben wir grandios gewonnen, den Aufstieg gesichert. Und jetzt wollen wir noch Meister werden. Und im letzten Spiel hat auch der Gegner das Spiel zur Halbzeit verlassen. Was ich immer sehr schade finde. Aber na ja. Kann man nix machen. Gucken, wen wir jetzt als Gegner kriegen. Mit dem weißen Trikot ist okay. Mixteam heißt seine Mannschaft. Aber mit einer Chemie von 98, ein Mixteam. Okay, da ist der Sharawi auf LF. Da haben wir den Sharawi. Ich glaube den Buffon im Tor. Ja, ist auf jeden Fall eine bessere Mannschaft, als die, die wir letzte Folge so fertig gemacht haben. Es könnte hier schon ein bisschen schwieriger werden. Eine wirklich herausragende Saison gespielt. Und auch der Liga-Titel liegt jetzt in greifbarer Nähe. Und da fehlt in den nächsten Partien noch ein einziges Pünktchen. Das sollte machbar sein. Ein Punkt nur noch. Dann sind wir Meister. Meist-Tor. Oh, schade. Hätte er fast gehabt. Hätte er fast gehabt. Sehr schön. Keeper, Liebbar. Oh Gott. Da schießt der Ledo beim abstoßen die Spieler an und der landet direkt vor den Füßen von Gegner. Alter Vater, ey. Könnte auch keinem erzählen. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Sehr schön. Sehr schön geklärt. Chiellini. Ah, hätte ich da mal nicht einen Ausfallschritt gemacht. Hätte ich den Ball gehabt. So, Alaba. Ja, Reus, du könntest auch weiter nach vorne laufen eigentlich. Ah, fuck. Ach, halt's Maul. Martin Hamschik spielt auch mit. Sehr schön. Sehr schöner Pass. Sind wir an dem vorbei? Wunderbar. Da kommt der von oben, aber... Ah, der ist doch nicht zu langsam. Doch, der ist zu langsam. Jetzt eine gute Flanke. Ah. Und haut drauf. Ja, das ist ja kein Draufhauen. Haut drauf. Ah. Ja, ein Tor machen natürlich. Was will er mit einem solchen Schuss? Natürlich will er mit einem Tor machen. Was? Ach, leck mich. Na, heute noch? Danke. Wann nimmt er den Ball nicht an? Er sucht El-Sharavi mit diesem langen Pass. El-Sharavi. Ich dachte, der heißt immer El-Sharavi. Spielt wir nach Regeln oder was? Freistoß natürlich. Spielt wir nach Regeln oder was, ey? Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abwangen. Was? Ach so. Habe ich mich erschrocken. Muss ich ja, muss ich zugeben. Habe ich mich plötzlich erschrocken, was denn da geschehen ist. Komm, mach hinne hier. Kerl. Hat Mami zum Essen gerufen oder was? Mami, ich kann gerade nicht. Ich spiele gerade Fußball. Ich kann jetzt nicht mein Zimmer aufräumen. Geht jetzt gerade nicht. Warum ist denn da keiner? Bei so einem schlechten Ball, den er da spielt. Lino boxt ihn einfach um. Dann springt er in der Ball da so drei Meter von der Brust weg. Das ist natürlich auch scheiße. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Bräune. Kießling. Ah. Hier, Lini. Fuck, dachte ich, kriege ich mit der Grätsche, kriege ich den Pass mal abgefangen. Sehr schön. Sehr schön aufgepasst da. Sehr schön aufgepasst. Aus der Welt, was macht ihr denn da? Ja, das war gut von dir, De Bräune. Da kann er auch dazwischen gehen, wenn ich den richtigen Spieler bekommen würde. Und geht entschlossen dazwischen. Ah, fuck. Wollte ich mal diesen, äh, hohen Steilpass mal ausprobieren. Hat so mittelgeklappt, wie man gesehen hat. Nix da. Ach, wo spielt der denn hin? Ich wollte da zum Kießling spielen. Was macht der denn da, sag mal? Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie seht. Er sucht El-Sharavi mit diesem langen Pass. Er sucht immer El-Sharavi mit diesem langen Pass. Das ist ja auch schon mal aufgefallen. Kießling. Kießling. Oh. Schade. Ja, Kießling, er muss in die andere Richtung laufen, natürlich. Du musst ja damit rechnen, dass dein Mitspieler da den Ball in deine Richtung köpft. Fantastisch. Das war auch fantastisch. Ah, das war scheiße. Das war nicht fantastisch. Haben wir. Sehr schön. Ah, der war schlecht. Der war gut, der war schlecht. Achso, das war sehr gut. Abseits finde ich gut. Nee. Ich hasse diese Freistößen. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Puh. Ja, und damit nimmt er beim Gegner den Offensivfunk raus. Kießling. Schöner Ball. Schöner Ball. Schöner Ball. Yes. Yes. Mal so ein LB. So ein hoher Steilpass. Hat geklappt. Hat geklappt. Nice. Ich wollte gerade sagen, ach, der geht ja eh einen Kilometer drüber. Aber nicht wirklich. Halbzeit, sehr gut. Knappe Führung kann ich aber wunderbar mit Leben auswechseln. Das war gerade noch kein. Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Ach, schade. Ein Stück zu spät bin ich da gewesen. Sehr schön. Mitnehmen den Ball. Sehr schön. Was? Wenn das jetzt für uns ist, hätte er mal bitte Vorteil laufen lassen können. Das ist für uns. Was? Warum denn eine rote Karte? Hä? Was war denn da? Ach so. Oh. Ja, ouch. Das war böse. Bin ich gut. Sind die noch ein Mann weniger? Das könnte gut werden. Muss aber noch nichts heißen. Sehr schön. Kießling. Ah, schade. Meint der jetzt nicht mit dem Ballverlust? Nee. Der ist weg. Oh, der ist nicht weg. Aber jetzt ist er weg. Oh, der war gut gespielt. Gut, dass er erstmal wieder zurück geht und zurückspielt. Ah, der war nicht richtig getimed. Oh Gott. Was hat das denn für eine Flanke, ey? Ins Niemandsland, Alter. Ins Niemandsland. Nein, nein, nein. Wir führen nur 1-0. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen, habe ich gesagt. Wir müssen aufpassen. Nein! Scheiße! Fuck! Fuck! Oh! Den wollte ich eigentlich gar nicht, aber das ist auch okay. Scheiße! Jetzt fängt sie wieder an zu lecken, was wahrscheinlich an meinem Internet liegt. Oh, 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 oh! Hat er noch? Ne, doch nicht. Hab ich wohl zu lange ne Taste gedrückt. Ah! Hätte er dazwischen sein können. Kann sein, dass gerade irgendwas irgendwo runter lädt. Könnte sein, dass mein Handy sich aktualisiert oder irgend sowas. Was natürlich super ist, während ich hier was online spiele. Ah! Das wäre die Chance gewesen. Da wäre Keesing durch gewesen. Your uncle is looking for you. Sehr schön! Haben wir den Ball? Wir haben den Ball! Ja! Ja! Fuck! Alberto Moreno! Das Gelänge geht mir gar tierisch auf den Sack. Warum rennt ihr denn nicht weiter? Boah! Boah! Alter Vater! Warum leckt das denn jetzt so? Scheiß Internet! Fick dich Telekom! Fick dich! Zwei Mbit hier anzubieten, ey! Ich hatte schon mehrmals die Schusstaste gedrückt. Aber es kam scheinbar nicht an durch das Geruckele hier. Mann! Und das ist kein Ruckeln, wie es damals war, was an meiner CPU liegt. Das ist ein Ruckeln, was an meinem Internet liegt. Das erkenne ich. Oder halt an dem Internet von dem Kollegen. Aber da ich mein Internet kenne, ist es sehr wahrscheinlich, dass es an meinem... Ja toll! Lauft euch gegenseitig um, weißt du! Vielleicht, dass diese Mannschaft heute vielleicht schon vorzeitig zu... Er könnte passen! Fuck you leg, ey! Mann! Das ist sehr erfreulich, was hier passiert. Aber auch nicht das endgültige Aus für diese Partie. Oder gar die Hoffnung, wenn auf den Titel gewinnt. Schließlich würde diesem Team schon ein einziger Punkt reichen. Aber manchmal will es eben auch doll willkommen raus nicht klappen. Leg dir den Ball doch nicht so weit vorne. Auf zu länger, du Pilfer! Der ist... Mann, warum kriege ich denn nicht den Spieler, den ich will? Vor allen Dingen, der ist ein Mann weniger, ne? Dürft man nicht vergessen. Ein ohrenbetäubender Lärm. Hoffentlich hört man uns noch. Die Stimmung ist grandios. Die Fans sind wild entschlossen, die Kugel notfalls ins gegnerische Tor zu peitschen. Man kann in diese Stimmung jetzt eintauchen. Und diese Unterstützung, das kann der entscheidende Faktor sein. Ich höre keine Unterstützung. Du bist Gustav. Kießling. Aaaaaaah! Wie der den Ball annimmt, er so... Huckelig, ruckelig. Und dann lässt er sich den Ball direkt wieder abnehmen. Ist doch zum Kotzen! Fuck, er wird wohl nix mit dem vorzeitigen Meistertitel. Wir haben nur einen fucking Punkt gebraucht. Und wir sind ein fucking Mann mehr. Und der gewinnt hier einfach mal. Weil der einen scheiß Lack hat. Oder halt, weil ich einen scheiß Lack hab. Nein! Nein! Das war die Chance! Und da gehen sie dazwischen. Das hätte was werden können. Das hätte was werden können. Ich werde jetzt gleich Braunies, weil ich so traurig bin. Scheiße! Ich werde jetzt nicht sehen! Mach weg die Scheiße! Mach weg die Scheiße! Mach weg die Scheiße! Ich will die Scheiße nicht sehen! Mach weg die Scheiße! Mach weg die Scheiße! Ich will die Scheiße nicht sehen! Mach weg die Scheiße! Mach weg die Scheiße! Ich will die Scheiße nicht sehen! Mach weg die Scheiße! Mach weg die Scheiße! Ich will die Scheiße nicht sehen! Mach weg die Scheiße! Mach weg die Scheiße! Mach weg die Scheiße! Mach weg die Scheiße! warum ich damals aufgehört habe mit FIFA. Nein, ich habe immer noch Spaß dran. So, aber das war es für diese Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei FIFA 15 mit dem Ragebird. Macht's gut. Tschüsschen. Bewerten nicht vergessen. Wäh, wäh. Wäh, wäh.